Among Us Map Trailer. Let's go. Schauen wir da mal rein, Leute. Auf geht's. Was haben wir hier? Oh, no. Ist noch ein Airship, ne? Muss ja sein. Sieht man schon, wie die Map aussieht? Der Airship is coming to Among Us. Okay. Willkommen, Recruite. Alter. Sieht schon direkt voll geil aus. Da war einfach Müllbeutel rausziehen. Wie geil. Diamanten putzen. Verschiedene Ebenen. Oh. Engine Room Records Manager. Wie geil. Das heißt, weil die Map ist so groß, dass man verschiedene, ähm, Henry Stickman an Stickman, okay. Sagt mir leider nichts. Das ist von Stickman. Äh, erklärt mich auf. Was ist das? Tut mir leid. Vielleicht bin ich da raus. Ähm. So, 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 so crazy. Aber, dass man jetzt halt in mehreren Räumen dann spawnen kann. Das ist ja ultra sick. Es gibt eine Küche mittlerweile. Alter, was für ne Animation. Wie geil. Das ist wieder mein POV, Digga. Ghost POV, Alter. Man sieht es. Oh, jetzt kommt Alien Reported. Geil. Geil. Da sehen wir uns aber, Leute. Da sehen wir uns doch, oder? Da sehen wir uns auf jeden Fall. Da sehen wir uns doch,? Ja, Leute. Hierthan. Da sehen wir uns doch.